Leute, es ist geschafft. Es ist vorbei. Die Abschlussprüfung Winter 2022 2023. Ihr habt es hinter euch gebracht. Ich freue mich total für euch. Ich freue mich auch deshalb, weil viele Themen drankamen, die wir so auch in der Nachhilfe geübt haben, wo ich ganz viele Videos zugemacht habe. Unter anderem zum Beispiel kommen wir gleich noch zu in der Visoprüfung Gewinnverteilung einer KG. Haben wir bis zum Erbrechen auch mit meinen Schülern geübt. Und ich hoffe, ihr habt ein gutes Gefühl. So, was ich bis jetzt mitbekommen habe, scheint das der Fall zu sein. Könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr für einen Eindruck habt, ob alles soweit passt. Und jetzt kommen wir aber erstmal zu den Lösungen des Visoteils. Kaufleute für Büromanagement. Und wir starten direkt mit der Gewinnverteilung einer KG. Also wir haben die Gewinnverteilung der Jana Loft KG und Schema F. Sowas kam schon mal in ähnlicher Form dran. Wir haben die verschiedenen Kapitaleinlagen der unterschiedlichen Gesellschaft da. Verzinsung haben wir vorgegeben bei Anna und Lukas und den Gesamtgewinn. Also das waren die Vorgaben. Wir hatten 480.000 Euro Gesamtgewinn, 6% Zinsen, Restgewinn mit dem Verhältnis 7 zu 3 zu 2 aufgeteilt. Ich habe euch das ja immer so erklärt, wie eine Torte müsst ihr das nehmen mit dem Restgewinn. Da kommen wir gleich noch zu. Aber erstmal die Verzinsung, das ist ja schon eine Aufgabe. Wir sollten einfach nur die Verzinsung der Jana Loft ausrechnen. Das habt ihr fast alle hinbekommen, gehe ich mal von aus. 30.000 Euro, also 6% auf die 500.000. Heißt, wir haben eine Verzinsung insgesamt von 60.000. Und jetzt müssen wir den Restgewinn ausrechnen. Das heißt, die 480.000 Euro Gesamtgewinn minus die 60.000 Euro Zinsen kommen wir auf 420.000 Euro Restgewinn. Und jetzt kommen wir zu meiner Torte. Das heißt, 7 zu 3 zu 2. Stellt euch vor, ihr habt eine große Torte, einen großen Kuchen und insgesamt haben wir 7 plus 3 plus 2 macht 12 Teile. 12 Stücke Torte, 12 Stücke Kuchen und die Jana Loft kriegt 7, die Anna kriegt 3 und der Lukas 2 davon. Was machen wir? Wir rechnen erstmal, wie viel ist ein Stück Kuchen wert? Das heißt, die 420.000 durch 12 mal 7 bei der Jana Loft und das ist 245.000 Euro, die die Jana kassiert für ihre Anteile. Also Anteile am Restgewinn, 7 Stück vom Restgewinn. War gar nicht gefragt, aber habe ich auch noch hier für die anderen ausgerechnet. Also 105.000 kriegt die Anna, Lukas kriegt 70.000. Das sind zwei Anteile, also 2 mal 35.000. Und den Gesamtgewinn habe ich auch noch zusammengerechnet. War an der Stelle gar nicht gefragt. Ihr brauchtet ja nur die Verzinsung, 30.000 habt ihr schon mal Punkte bekommen, Restgewinn 420.000 und den Anteil am Restgewinn 245.000 von der Jana Loft. Dafür habt ihr Punkte bekommen. Wunderbar. Also das sind schon mal die ersten drei Aufgaben. So, haben wir es hier. Und wir machen direkt weiter mit Aufgabe 4. Da ist die 4 richtig, bei der 5 die 1 richtig, bei der 6 die 4, bei der 7 die 2 und bei der 8 3 und 5. Auf alle Angaben hier nochmal der Hinweis ohne Gewehr. Das ist jetzt meine Lösung. Ich habe heute zum ersten Mal reingeguckt, habe die gerade durchgearbeitet. Wie gesagt, das sind meine Lösungen, nicht die offiziellen der IHK. Bis jetzt habe ich da immer mit übereingestimmt. Aber es gibt jetzt gleich noch ein, zwei Aufgaben. Ja, werdet ihr noch sehen, wo ich sage, okay, also entweder habe ich da irgendeinen Denkfehler drin oder ich weiß auch nicht. Da hat die IHK oder der Prüfungsausschuss, der diese Prüfung erstellt hat, hatte da vielleicht auch irgendwie geschlafen oder so. Aber vielleicht irre ich mich auch gleich. Wir gucken gleich mal rein hier. Aufgabe 9. Da ist es nämlich so. Ich lese mal kurz die Aufgabe vor. Wie gesagt, ich darf euch die IHK-Prüfung aus urheberrechtstechnischen Gründen natürlich nicht zeigen. Aber ich kann ja mal ganz kurz zitieren. Herr Waldeck soll für künftige Produktentwicklungen neue Kontakte knüpfen und geeignete Lieferanten finden. Also Herr Waldeck, das müssen wir mal kurz dazu sagen, ist im Einkauf tätig. Das sehen wir aus dem Stablinien-System. Übrigens auch eine schöne Aufgabe. Also immer, wenn ihr quasi hier so einen Kreis seht bei der Instanz, dann wisst ihr, okay, das ist eine Stabstelle, also Stablinien-System. Aber wie gesagt, hier ist es der Ingo Waldeck. Der ist im Einkauf, für die Abteilung Einkauf zuständig. Und der soll in Zukunft Produktentwicklung, soll er neue Kontakte knüpfen und geeignete Lieferanten finden. Was ja für den Einkauf, was grundsätzlich Normales ist, meiner Ansicht nach. Er wird zur Vornahme von Rechtsgeschäften ermächtigt, die das Handelsgewerbe des Unternehmens gewöhnlich mit sich bringt. Dieser Satz hat mich da wieder ein bisschen stutzig gemacht. Weil wir sollten jetzt gucken, welche Vollmacht muss Herr Waldeck erhalten? Also dann haben wir zur Auswahl die Prokura, die allgemeine Handlungsvollmacht, die Artvollmacht, die Einzelvollmacht und die sonstige Vollmacht. Mein erster Impuls war die Artvollmacht. Da es ja gewöhnliche Geschäfte sind, die quasi in seiner Abteilung Einkauf ganz normal sind. Aber der letzte Satz hat mich dann wieder stutzig gemacht. Von wegen, die für das Handelsgewerbe des Unternehmens gewöhnlich sind. Für das komplette Handelsgewerbe. Und da dachte ich wieder, okay, das kann auch die allgemeine Handlungsvollmacht sein. Ich finde die Aufgabe sowieso ein bisschen komisch. Welche Vollmacht muss Herr Waldeck erhalten? Er kann ja auch eine Prokura haben. Da könnt ihr auch die ganzen Rechtsgeschäfte hier tätigen. Deswegen, also ich fand sie ein bisschen, ja ich fand sie ein bisschen blöd gestellt. Also ich habe jetzt die Artvollmacht hier an der Stelle. Aber mit einem komischen Bauchgefühl. Aber gleich kommen wir noch zu einem größeren komischen Bauchgefühl. Aber erstmal Aufgabe 10. Das ist wieder eindeutig. Das ist die 5. Dann die Aufgabe 11. 4, 1, 3, 2. Aufgabe 12, 4. Dann kommen wir jetzt zur 13. Das ist die Nummer 4, 2, 1. Dann Aufgabe 14, die 3. Aufgabe 15, 2.250.000. Also hier ging es ja darum, in den Aufgaben 13 bis 16, um unsere schöne Angebots- und Nachfragekurve. Das kommt auch immer häufig dran. Habe ich auch mal ein Video dazu gemacht. Lustigerweise auch 5 typische IHK-Prüfungsaufgaben. Da kommt genau so eine Aufgabe drin vor. Mit dem Gleichgewichtspreis und mit Angebot und Nachfrageüberhang und so weiter und so fort. Immer Scheme F. Und Aufgabe 16, das ist das Angebots-Oligopol. So, die 25 war auch noch okay. Das ist die 3. Aber jetzt die Aufgabe 26. Also, das war ein bisschen komisch. Die Aufgabe lautete, prüfen Sie für Herrn Reims, welche Regelung gegen gesetzliche Vorschriften verstößt. Welche Regelung, nicht Regelungen. Welche Regelung steht hier drin. Welche Regelung, also eine. Ich komme aber auf zwei. Also eins oder zwei. Beziehungsweise eins und zwei. Ich lese auch mal ganz kurz vor. Herr Reims hat als Auszubildender das Recht, allein über eine Verkürzung der Ausbildungszeit zu entscheiden. Und der zweite Satz lautet, der Auszubildende hat Herr Reims bei Beendigung des Berufsausbildungsverhältnisses ein schriftliches Zeugnis auszustellen. Dieses kann auch elektronisch erfolgen. Also, dazu habe ich mal hier das Berufsbildungsgesetz hier zitiert. Erstmal zum Thema gemeinsame oder alleine Entscheidung wegen der Verkürzung der Ausbildungszeit. Also in Paragraf 8 Absatz 1 Berufsbildungsgesetz steht auf gemeinsamen Antrag der Auszubildenden und Ausbildenden hat die zuständige Stelle, die Ausbildungszeit zu kürzen, wenn zu erwarten ist, dass das Ausbildungsziel in der gekürzten Zeit erreicht wird. Sprich, der Ausbildendebetrieb muss zustimmen bei der Verkürzung. Er könnte auch ablehnen. Also von wegen, er kann das alleine entscheiden. Auszubildende hat nicht das Recht, alleine zu entscheiden, sondern der Betrieb muss zustimmen. Also Satz 1 schon mal falsch. Und Satz 2 zum Thema Zeugnisse, selbe Gesetz, Berufsbildungsgesetz, Paragraf 16, Ausbildende haben den Auszubildenden bei Beendigung des Berufsausbildungsverhältnisses ein schriftliches Zeugnis auszustellen. Die elektronische Form ist ausgeschlossen. Steht da exakt so drin. Und hier steht ja im zweiten Satz drin, dieses kann auch elektronisch erfolgen. Also für mich sind hier 1 und 2 falsch, verstoßen beide gegenseitige Vorschriften. Ja, gerne mal zur Stellung nehmen. Also könnte sein, dass diese Aufgabe dann nicht gewährt, beziehungsweise, dass ihr da volle Punktzahl bekommt, egal was ihr da ankreuzt. Schauen wir mal, was ihr, vielleicht habe ich auch wieder einen Denkfehler drin, ich weiß es nicht. Aber so weit, so gut. Dann geht es weiter mit Aufgabe 27, das ist die 3, Aufgabe 28, 1, 2, 4, 3, 5. Übrigens, das sind die letzten Aufgaben, das waren wirklich so geschenkte Punkte, muss man sagen. Das kennt ihr ja, Thema Umweltschutz, Recycling und so. Ja, irgendwelche Schilder zu ordnen, Sicherheitszeichen. Also das sollte geklappt haben. Aufgabe 29, die 1, 30, die 5 und die 31, die 2, die 1 und die 3. Ja, Leute, soviel zu den Lösungen für den Wieso-Teil, Kaufleute für Büro-Management. Ich bin echt mal gespannt, wie es bei euch so gelaufen ist. Wie gesagt, schreibt gerne mal in die Kommentare. Ich hoffe, es lief alles soweit gut und wenn ihr da ein, zwei, drei kleine Fehler drin habt, mein Gott, ist es überhaupt nicht so schlimm, denn die münchliche Prüfung kommt ja noch und die zählt ja mal nochmal richtig dick am Ende. 35 Prozent, ja, bei uns in NRW könnt ihr so berechnen, so, ja, ab Mitte Januar geht es dann wieder los und dann seid ihr fertig. Also, klar, jetzt erstmal noch ein bisschen durchatmen, durchschnaufen. Ihr habt es geschafft, ja, und legt auch mal die Lernsachen weg und atmet einfach mal durch, genießt die Zeit, tut euch was Gutes, geht auf den Weihnachtsmarkt. Und, ja, falls ihr dann aber noch für die münchliche Prüfung ein bisschen was lernen wollt, wie gesagt, guckt gerne meine YouTube-Videos, lasst ein Abo, lasst ein Like da und guckt gerne mal auf meiner Homepage vorbei, auf herrgerold.de. Da findet ihr auch noch Bücherempfehlungen oder auch, ja, für die münchliche Prüfung habe ich im Shop Skripte erstellt für die einzelnen Wahlqualifikationen, wo ich auch immer mal wieder ein Update mache, neue Aufgaben hinzufüge, Prüfungsaufgabe aktualisiere. Ihr wisst, es ändert sich ja einiges. Dieses Jahr hat sich ja noch ein paar Sachen geändert, bezüglich Entgeltabrechnung, der Pflegezusatzbeitrag oder zum Beispiel die Beweislastumkehr im Bereich der Gewährleistung. So was aktualisiere ich natürlich immer. Könnt ihr euch auf jeden Fall gern mal gönnen, würde ich mich freuen. Unterstützt somit auch meine kostenlosen YouTube-Videos und kostet weniger als ein Döner. Und ich glaube, ihr habt da was von. Und ansonsten gebe ich auch regelmäßig Nachhilfe. Im Moment, alles wieder ausgebucht, schaut da immer mal wieder rein. Und ja, ansonsten bleibt nichts anderes übrig, als euch noch eine gute Zeit zu wünschen. Bleibt gesund, Leute. Habibis, wir sehen uns. Macht's gut. Euer Herr Gerold. Tschüss.